Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Wenn ihr Musiker seid, wie ich, und ihr seid zurzeit zu Hause, was gibt es Besseres zu tun, als Musik zu machen? Wenn ihr, wie ich, ein Schlagzeug oder ein anderes Instrument zu Hause habt, dann tut mir den Gefallen und spielt darauf, spielt euer Instrument. Mögen die Nachbarn sagen, was sie wollen, spielt euer Instrument. Und ich kann euch sagen, es hilft, es wirkt quasi wie eine Art Beruhigungstherapie, denn durch das Spielen beruhigt man sich und es ist wirklich Weltspitze. Und selbst wenn man richtig voller Wut ist oder voller Ärger oder wenn man Stress hat, dann gibt es diese eine Sache und zwar Musik machen. Es spielt dabei wirklich überhaupt keine Rolle, was die Nachbarn sagen, denn sie werden sich natürlich beschweren, aber wenn man Musiker ist, dann sollte man auch die Chance nutzen und so viel und so oft spielen, wie es nun geht und viel üben, weil es einfach hilfreich ist, denn dadurch wird die Psyche tatsächlich heruntergefahren quasi und man kühlt sich ab und es hilft. Und jetzt noch einen Tipp für die, die kein Instrument haben. Einfach irgendwo anders im Haus spielen. Egal wie, Hauptsache ihr spielt. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Also nimmt diesen Tipp zu Herzen und spielt, 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 spielt. Macht es gut. Ciao.